Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Ghosts. Es geht sofort weiter, wo wir stehen geblieben sind. Allerdings erstmal natürlich Danke an die Leute, die das letzte Video bewertet haben, an die Supporter da draußen. YouTube hat mir zwar einen Strich durch die Rechnung gemacht, das Video war komplett kaputt, als es hochgeladen wurde. Und deswegen musste ich es nochmal neu hochladen, deswegen haben vielleicht einige das nicht gesehen. Ihr könnt es gerne nachholen natürlich, wenn ihr Interesse habt an der Story, solltet ihr das auch tun. Und checkt es gerne auf jeden Fall nochmal ab, das wollte ich nochmal vorher erwähnt haben. Ansonsten geht es jetzt weiter. Ich habe viele Soldaten gesehen, die ihre Gefallenen geborgen haben. Aber nicht auf die Art wie diese Männer. Die Ghosts haben Ajax verehrt. Das genaue Gegenteil von dem, wie er gestorben sein muss. Wenn Rock ihn getötet hat, hat er sich dabei Zeit gelassen. Und jetzt jagt er die Ghosts. Und wieder griff uns die Föderation an. Und wir rannten direkt ins Chaos. Und irgendwo, mitten in diesem Gefecht, war unser Vater. Wir mussten ihn finden. Nein, Riley! Riley, bleib zurück! Weikink! Seid ihr noch da? Bestellt nicht, Weikink. Aber nicht mehr lange. Ihr müsst den Strand versterben. Wir sind unterwegs. Das ist was Neues von Captain Orcas Kommandoposten. Negativ. Verteidigungsteams haben die Position gehalten. Aber der Funkkontakt ist abgerissen. Er hat es sicher geschafft. Genau. Ich glaube, an diese Datei konnte ich mich gerade noch so erinnern. Das war das Einzige auch. So, weiter geht's, Leute. Lass mich das übernehmen! Lass mich das übernehmen! Alter, was ist die Hölle? Ich bin fast tot, Mann! Ich bin fast tot! Wie schnell geht denn das zum Teufel nochmal hier? Bababau, Bababau, Junge! Ich hatte mein Feuer, die Feuer, die Feuer! Nein, das Feuer! Die Feuer! Ich bin fast tot, Mann! Ich bin fast die Feuer! Ich bin fast tot! Die markieren unsere Position! Alle runter! Feindliche Artillerie-Kopf! Oh, scheiße! Aufhalten! Alter, was geht denn ab? Oha! Die Kunden sind bereit. Kraft noch nicht! So, jetzt gibt's die Rache, ey. Jetzt gibt's die Rache. Was wollt ihr denn jetzt machen, ne? Was wollt ihr denn jetzt machen? Kommt, Jungs! Nicht aufgeben hier! Boah, ich kann nicht weiter nach links zielen, ey. Yo, yo, yo! Alter, was geht hier ab, ey? Wir sind auch nonstop am Labern, wa? Kann gar nix dazu sagen, Leute. Ähm, was ich auch noch mal sagen wollte, weil in den letzten Kommentaren stand auch immer wieder, äh, wieso, äh, er... Wieso spielst du denn noch mal los? Leute, was ist denn los? Warum nicht? Warum nicht? Nochmal... Also spielst du einmal ein Spiel durch und dann schmeißt du es weg, oder wie? Man kann auch gerne nochmal die Story durchziehen. Wie gesagt, ich hatte Bock einfach nach World War 2 das nochmal anzufangen. Hatte gedacht, vielleicht haben auch ein paar Leute von euch da Bock drauf. Und bisher war es der Fall. Wie gesagt, letzte Folge hat komplett reingeschissen. Wie gesagt, YouTube ist einfach komplett am Arsch, Leute. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch gerne mal Twitter oder Instagram folgen. Ähm, da kriegt ihr dann auch mal ein bisschen mit, was abgeht eigentlich. Ansonsten kann ich immer, wie gesagt, nur jedem empfehlen, immer wieder mal selber auf den Kanal zu gehen, selber mal zu gucken, ey, hat da was rumgeladen. Denn eigentlich, wie die meisten von euch wissen, kann man auf jeden Fall immer damit rechnen, dass jeden Tag ein bisschen was kommt an Videos. Und das ist natürlich schade so, weißt du. Es ist natürlich schade, wenn dann YouTube kommt, um dir einfach versucht, alles kaputt zu machen wieder, ey. Naja, egal. Deswegen setze ich voll auf eure Unterstützung. Und es haben ja auch sehr, sehr viele gefragt, ey, kannst du denn, kannst du denn noch Black Ops machen? Kannst du MW machen? Ey, wie gesagt, Leute, wenn die Unterstützung stimmt, wenn natürlich auch ein bisschen die Views stimmen, ist klar. Wenn dann 2000 Leute gucken, dann denke ich, kann man verstehen, yo, 2000 Leute bei so vielen Abonnenten ist dann nicht so geil. Dann kann man auf jeden Fall gerne nochmal Black Ops machen oder sowas. Kein Problem, Leute. Ich hab die Spiele am Start. Ich hab die am Start. Wir können sie machen. Und ich glaube, wenn ihr dieses Video zu sehen bekommt, werde ich auch mal World War II streamen im Multiplayer. Also seid da auch gerne dabei. Das waren Gegner. Ich dachte, das wären schon meine Leute. Alter, es war ein Schuss. Ich war sofort tot. Das ging halt schnell. Ich hab's gar nicht gerafft. Ich dachte, die wären alle tot. Wir brauchen Luftunterstützung in ihrer Position. Nur so kommen wir da durch. So, also. T卵 Kleiner Mistraten und Katten. Nochmal einsetzen, die Drohne. Oh, scheiße. Bin dabei, Bruder. Bin dabei. Oh, scheiße, Mann. Okay. Kommando, Drohne, Kontrolle offline. Wir evakuieren die Verwundeten. Kommando an alle Einheiten. A-10 Drohnenunterstützung ist offline. Zu Sekundärpositionen zurückziehen. Wiederholen. Alle vom Strand zurückziehen. Au, au, au. Munition. Munition. Bruder, wo bist du? Bruder. Da vorne. Der Junge, der ist so mutig, Alter. Er rett immer vor. Ich höre Riley. Ist das Riley? Oh, die Waffe ist geil. Die ist geil. Die gefällt mir. Oh, da kommt eine Granate. Alter, lass Riley in Ruhe. Lass Riley in Ruhe. Du warst es, du Schlingel. Oh, nicht, dass ich wie jeden... Okay, gut. Ich dachte schon, ich treffe Riley, ey. Wie kann es allerdings sein, dass sie einfach so angreifen, ohne dass es bemerkt wurde vorher? Die Treppen rauf! Ist wohl auch Dad rausgekommen? Hier, versuch, ob du da runterkommst. Na los, na los! Achtung! Shit! Scheiße, komm nicht durch. Geh einfach rauf und such Dad. Ich finde einen anderen Weg. Spring nur hier rüber. Hier brennt gar nichts. Spring nur rüber. Dad! Wow! Du mieser Wichser, Riley! Nein! Nein! Logan! Scheiße, du blutest. Sieht schlimmer aus, als es ist. Alles wird gut. Achtung! Okay, Keg, hol uns hier raus. Hey, wir gehen nirgendwo hin. Ruhig, Kleiner. Hey, wir haben euch gerade gerettet! Kam gut klar. Um Arsch! Ruhe, ihr alle! Wir müssen zurück nach Santa Monica. Unser Dad ist da! Wir gehen nicht ohne ihn! Es ist wirklich bewundernswert. Aber euer Vater ist nicht mehr dort. Dad! Ist die ganze Zeit einer von ihnen? Go! Hey! Ruhig, Junior! Das ist dein Vorgesetzter! Die Jungs, komm rein! üt beauty! Aber wenn ich mich entscheide, war's das. Und dein Bruder müssen noch viel lernen, aber wir haben alle Tests bestanden. Willkommen bei den Ghosts. Willkommen bei den Ghosts. Wir hatten eine Invasion. Rourke führte uns an, um all Marco auszuschalten. Aber Rourke war wie besessen von ihm. Für ihn war der Mann wie eine Beute. Und es war klar, nichts war den Abhalten, sich seinen Preis zu holen. Für uns war Rourke eine Legende. Der Mann konnte durch die Hölle laufen, ohne zu schwitzen. Die Ghosts waren die Besten der Besten. Ich habe das Kommando. Marek, Ajax, dich geneitet. L.A.S.T.A.R. Oh Mann, Alter. Mit denen zusammengearbeitet, zusammengekämpft wie Brüder. Und dann tötet er Leute und macht eine Jagd auf die Ajax. Da ist er noch. Alter, was geht hier ab? Wir brauchen Hilfe. Bin z unserem Oh Mann, in der Suche mit der Nähez. Oh Mann, richtig in der Nähez? Oh Mann,之 Familie. Is er blockiert? Ich muss ihn nur treffen, ey. Da ist noch einer, da ist noch einer. Geh drauf jetzt. Oh, Alter, wie knapp war das denn? Und Ajax schnappt sie sich trotzdem noch. Alter, krasser Typ, Mann. Ich bin fast tot. Ich bin scheiße normal, fast tot, Mann. Au, au, au. Kommt schon, Jungs. Boah, die Knarre ist richtig geil. Ich mach das. Oh, Mist. Oh, scheiße, oh, scheiße. Der hat den Damm einfach weggesprengt. Alter. Ich bin hinter dir. Ey, Leute, was geht denn hier ab? Das find ich so krass gemacht eigentlich. Ey, warum ist der viel schneller als ich, Mann? Was soll die Scheiße? Boah. Darf ich freisprechen, Sir? Was gibt es? Ich denke, wir brechen ab. Das Arschloch hat die Stadt geflutet und die Hälfte seiner eigenen Leute erledigt. Und die Hälfte unserer Leute. Wir sind Ghosts, Merrick. Wir beenden die Mission. Ja, aber das hier ist anders. Gibt es noch was zu sagen, Sergeant? Nein, Sir. Nicht lang schnacken, direkt ballern, Mann. Nicht lang schnacken, direkt ballern, Mann. Oh mein Gott, der Helikopter. Pass auf, Mann. Meine Munition. Oh, ne FAD. Wo war sie? Wo liegt denn die? Da. Oh, Mann, Alter. Hier bricht alles zusammen. Hier bricht tatsächlich alles zusammen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Können wir eigentlich ewig die Luft anhalten? Hier ist nicht mal eine Anzeige. Oh mein Gott, ich bin so ein Vollidiot. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Tut mir leid, war nicht echt so. Alter. Schnapp dir eine von den Waffen. Überleben ist das Wichtigste. Gehen wir nach oben. Wie in alten Zeiten, Marcelayas. Oh, ey Leute, was ist hier los mit dem Level? Hier geht alles kaputt. Alles wird überflutet, alles geht sofort kaputt, weil ich jetzt betrete. Ist da oben auch einer? Ist das ein Laptop? Nee, das ist kein Laptop, ey. Ey, Mann, man, fährt jetzt. Sicher, Spiener. An alle Einheiten auf dieser Frequenz, bitte kommen. Hier ist Ghost, wo ist wo? Wir sind klar und deutlich, Merrick. Rogue, wir sehen an Marco, aber werden beschossen. Wer spricht das Hotel? Verstanden, sind unterwegs. Mal los. Okay, Rogue. Rogue. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, die Folge ist lang genug. Ja, sorry, Mann, die Folge ist lang genug. Die geht 20 Minuten, über 20 Minuten, Mann. Ich denke, das ist genug, oder? Ja, er ist der gleichen Meinung, er ist der gleichen Meinung, Leute. Gut, also, das war's an dieser Stelle. Wir hören uns dann gerne, hoffentlich, bei der nächsten Folge. Und hoffentlich kommt diese Folge bei euch an. Wie gesagt, unterstützt das Ganze gerne, wenn ihr möchtet. Wenn es euch gefällt, ihr mehr sehen wollt. Mit einer Bewertung, checkt meine Social Media Seiten ab. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.